Jo, das ist immer wieder. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Die Wüste brennt. Nein, Quatsch. Was haben wir heute? Wir haben Zuckerknusperkekse mit merkwür... Ne, mit Mürgerwürgeraroma. Ne, mit 10% weniger Ratten-Exkrementen. Frisch. Ja, also. Generell haben wir festgestellt, dass ganz, ganz viele Leute sich immer darüber aufregen, dass merkwürdige Rosinen in unseren Keksen sind. Wir haben sie natürlich aufgeklärt, das sind keine Rosinen. Wir haben ein Rattenproblem und die kacken da rein. Also haben wir unsere neuen, verbesserten Zuckerknusperkekse, haben nicht nur ein Aroma, das teilweise scharf und gleichzeitig eklig ist, dass es dir nicht nur hochkommt, sondern dass du quasi würgen musst, wenn du es isst, sondern wir haben auch 10% weniger merkwürdige Rosinen drin. Aber das ist doch dann gut zum Abnehmen, das macht schlank. Ja, aber jetzt stirbst du dich, wenn du sie isst. Und sie kostet nur 32 Dollar. Ist doch eigentlich voll günstig. Ja, eine Süßigkeit, die dich schlank macht. Echt ein Schnäppchen, oder? Ja. Hört Leute, Kopf, ein. Kostet nur 32 Dollar. So billig kriegt ihr das nicht. Ja. Billiger kriegt ihr das Abnehmen nur mit Norovirus. Richtig. Haben wir aufgemacht? Ja, fast. Auf jeden Fall erinnert mich das an eine Story von einer Person, die ich kenne. Da war es so, es war Winter. Die Person geht nach draußen. So, was ist das? Schokolade? Hebt es auf? Nein, das war einfach nur ein Küffel von einem Hund. Da hast du mir vor kurzem erzählt. Ich weiß dir, aber nicht im Part. Ich sage euch, wer es war. Nein, sagst du nicht. Er war selber. Nein, das ist falsch. Ja, das war eine Lüge, das stimmt. Nicht. Haben wir jetzt noch mehr bestellt? Ich weiß es nicht. Ich habe zwischen nur noch ein paar Getränke und so bestellt. Ich gucke mal durch den Laden, ob irgendwas fehlt. Na, eigentlich soll ich dir eigentlich bei Getränken helfen kurz? Ich kann es einräumen, wenn du willst. Nein, nein, ich mache das schon. Guck du dich ruhig ein bisschen um, aber eigentlich siehst du das ja an den Zahlen, was fehlt und was nicht fehlt. Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen dem, was den Zahlen da steht und wie es hier aussieht. Okay, Himbeer-Pop-Tarts. La Vita. Malavita. So. L'Energie. So genug. Wache ein bisschen Grün. Dann, warte mal hier noch, schwarze. Ein bisschen was von allem. Was sind die Kleinen? So, und dann haben wir noch mal grüne, große. Ja, warte, grüne, kleine. Und dann passt das alles eigentlich. Ich habe auf jeden Fall noch ein kleines Lager in meinem Getränkelager. Muss ich mir vielleicht mal bei Gelegenheit mal anschauen. Ich meine, da ist genug Zeug, also. Ach so, ja. Ich finde den Zucker nicht. Da. Da, hier, hier da vorne. Da. Hab's dir gezeigt, so. Erstmal so richtig aus. Ich bin bei ein Zucker. Ach, da ist er ja. Erkennst du das mit, wo sind meine Tic Tacs? Nee, aber ich habe mal irgendein Video von einer gesehen, die war süchtig nach. Du kennst du diese Sprühsahne? Ja. Die war süchtig danach und wurde aus ihrer Wohnung rausgeschmissen und hat dann quasi einen Wohnwagen von einem Freund gestellt bekommen und weil sie ihre Sprühsahne nicht gefunden hat, hat sie diesen Wohnwagen zerlegt, wo ich mir denke, alter, ich... War das vielleicht so eine Hilfmir-Folge? Das weiß ich nicht, ich habe das irgendwie mal im Internet gesehen, wo ich mir dann auch gedacht habe, was stimmt denn mit den Leuten nicht? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich beim Alternativ mal so ein bisschen gesehen habe, wo er das zusammengefasst hat, was die bei Hilfmir so alles zeigen, diese komische Trash-Sendung ich glaube bei RTL oder sowas und da war so eine Folge, da hat jemand, der war besoffen, da hat er dann so in den Flur vom Haus gepinkelt und die Nachbarin hat sich total halbes Schwert und alles und... Hat er sie voll gepinkelt? Hat er sie dann voll gepinkelt, das hat ihr gefallen? Nein, nein, besser. So, und da hat er sich halt aufgeregt und alles. Da kam die Frau von dem Mann an, der so betrunken war und sagt so, Schatz, wie hast du es wieder nicht bis nach Hause geschafft? Er so, mhm, mhm. Und, äh, dann hat sie den dann in die Wohnung geschickt und dann, äh, hat sie sich dann angefangen, da die, äh, die Hose runterzuziehen und dann sagt die Nachbarin so, äh, was machst du denn jetzt da so, von wegen, äh, sagt die so, ja, ich kacke dir jetzt. Das ist so ganz schlimm, weißt du, das macht niemand, hoffe ich, aber... Was ist, wenn ich dir jetzt sage, dass du dich da irst? Dann fürchte ich, dass es wahrscheinlich mindestens eine Person auf der Welt gibt, die das macht. Also solche Sachen, ja, das gibt's. Ich finde das echt schlimm, wenn's das tatsächlich gibt. Ja. Das ist, äh, unter aller Sau, wenn ihr mich fragt. Exakt, was ich brauche. Exakt, was ich brauche. Ja, jeder hat andere Fetische, ich weiß schon. Richtig, kennst du das, wenn du irgendwas sagst und dann kommt aus dem Fernseher oder irgendwoher einfach dann, äh, jemand, der dann, äh, was sagt, was dazu passt? Ja, tatsächlich weniger, oh, hoppla, was mach ich denn? Weil ich, äh, Fernsehen nicht mehr so frequentiere. Ja, weil jetzt, äh, du hast irgendeinen Scream laufen oder sowas und du redest mit dir. Ja, das macht meine Frau, das ist bei meiner Frau eher. Weil wenn konzentriere ich mich drauf. Es gibt ein paar Sachen, die ich mir anschaue, wenn ich mit dem Kind spiele, aber da muss ich auch aufpassen, was halt. Ja, klar, weil du kannst dem Kind jetzt kein Resi 2 oder so zeigen. Ja, das darf, also Sachen können zwar nebenbei laufen, aber bestimmte Sachen will ich auch nicht, dass sie nebenbei laufen. Ja, glaub ich sofort. Man hat ja doch irgendwo ein bisschen Verantwortung, äh, was sowas angeht. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich kann's mir auch nicht erklären, aber... Das ist genau das, was ich brauche. Das ist genau das, was ich weiß. Das ist genau das, was ich weiß. Exakt nicht. Exakt nicht, wo da nicht. Frauen lieben diesen salzigen Geschmack. Manche Sachen, die hier hervorkommen, sind echt schlimm. Ja, vor allem, weil manche solcher Sachen bestimmt auch wirklich verkauft werden. Boah, das wäre echt böse. Es gibt bestimmt ein paar Frauen, die sich sagen, boah geil, das will ich haben. Irgend solche Frauen, die, es gibt ja Frauen, die haben da voll den Fetisch für. Die würden das bestimmt kaufen. Wenn ihr solche Personen seid, schreibt sie in die Kommentare. Der Wichtel liefert euch mit dem Zeug. Richtig, Wichtel verkauft euch das. Wer besorgt euch den Stoff? Wer besorgt sich so, dann gibt das euch. Alter. Das Let's Play ist so gottlos. Du wolltest das doch so, oder? Scheiß dich doch mal zusammen, Sol, du bist so ekelhaft. Ah ja, jetzt bin ich das auf einmal. Ich bin eigentlich gar nicht so, der zwingt mich dazu. Richtig, ich stehe mit hervorgehaltener Waffe hinter ihm und das wisst ihr einfach alle gar nicht. Wohlgemerkt auch nackt. Ich habe ihn gefragt, warum bist du auch noch nackt? Halt die Klappe. Dann hat er mich mit seiner Pistole geschlagen. Zumindest dachte ich, dass es die Pistole ist. Aber war es ein Knüppel? Genau. Knüppel aus dem Sack und auf den Sack. Ja, da gibt es ja auch genug Sprüche. So, was haben wir hier? Du hast dir wieder rosa Sachen bestellt, wie ich sehe. Kannst du es wieder nicht lassen. Ja. Guck mal hier. Wichtel bestellt sich rosa Sachen. Dann Gläser mit weißem Zeug drin. Also, ich kann da nicht mehr. Irgendwas läuft dir ganz schief in diesem Laden. Wer weiß, was da alles ist? Was für Drogen wir den Leuten hier verkaufen. Ich glaube, es gibt tatsächlich wirklich so eine Art Drogenverkauf-Simulator. Ja. Aber ich glaube, ich habe letztens bei Steam irgendwie gesehen. Also, es gibt ein Deep-Simulator auf jeden Fall auch. Ja, ich glaube, es gibt auch hier mit Drogenverkaufen. Das wurde mir letztens angezeigt, weil ich halt den Gross-Restore-Simulator jetzt in letzter Zeit öfter gespielt habe. Warum wohl? Und da habe ich auch nur gedacht, warum? Und es gibt, glaube ich, ein Remake vom Goat-Simulator habe ich irgendwie letztens. Ja, es gibt ein paar richtig merkwürdige Spiele. Ich habe da bei Andy und Chris auf dem Server, hat mal irgendjemand, ich glaube, eine Frau war das gepostet, den Siren Head Dating Simulator. Okay. Siren Head, sagt dir was? Ist wahrscheinlich auch ein Horror-Ding. Ja, wo ich mir auch denke, was? Ich dachte erst, Moment, und dann. Ja, doch, das gibt es garantiert diesen Scheiß. Dann gefragt, gibt es das wirklich? Und die meisten so, nee, nee, und dann, doch, 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 das ist das Spiel, das habe ich mir geholt. Es gibt auch so ein Jandere-Simulator oder sowas. Eine nach der andere mache ich mir zur Jandere. Also, ich bin ja eigentlich kein Fan, was die Simulator-Vordringern. Das ist ja halt hauptsächlich, weil du es mir halt gescheckt hast und einfach mit dir immer was aufzunehmen. Aber das ist cool. Ja, deswegen, ja, die haben schon nette Spiele. Sachen auf jeden Fall gemacht. Man kann halt auch schön misstrauen, wie wir das mit den Kartons am Anfang gezeigt hatten. Das war einfach genial. Aber jetzt haben wir unsere geliebte Kartonsammlung nicht mehr. Ich traue immer noch darum. Warte mal, ich habe da schon was vorgehabt. Du hast was vorgehabt? Oh, jetzt bin ich gespannt. Da müssen wir warten auf das nächste Update. Also, Leute, Wichtel hat Pläne hinter meinem Rücken. Ich weiß nicht, das können wir eben nicht durchgehen. Das hier ist auch hinter deinem Rücken entstanden quasi. Das ist richtig. Das ist mir einfach so ganz spontan Hate. Das könnte man doch so und so machen. Auf jeden Fall, ihr müsst noch in die Kommentare schreiben, wie wir Wichtel bestrafen müssen. Bestrafen? Wofür? Ja, dass du Pläne hinter meinem Rücken einfach hast. Das geht doch nicht. Das sieht gut aus. Wieso nicht? Wir werden doch nur Kokosnüsse rein. Ich gehe schon nicht. Wir werden reich. Reich. Also langsam hat sich das Teil aber bestimmt rentiert. Das hat sich schon lange rentiert. Mr. Wash wird gar nicht mehr geholt. Ich glaube, die wollen eigentlich entweder sie waschen mit Mehl oder sie kochen mit Backen mit Mr. Wash. Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass das noch geholt wird. Eben hatte ich es nämlich zwischendurch mal neu eingeräumt. Ah, okay. Weil da ein paar Sachen raus waren. Und das kommt ja dann wahrscheinlich nur so vor, dass es einfach voll ist, weil ich das in der Zwischenzeit nochmal wieder vollgestopft habe. Ja, ich habe gerade noch was nachgemacht, aber einfach nur, weil die Kartons davor halt nicht weniger werden. Ich kaufe und kaufe, aber die Kartons werden einfach nicht weniger davor. Ich verstehe das nicht. Ich esse und esse und werde einfach nicht dünner. Dabei versuchst du doch schon alles. Ja. Ich habe ein Fett angeschrien. Ich habe mich in der Dusche mit Priel eingeschmiert. Du hast dich mit Fisch eingerieben. Ja. Du hast alles versucht. Ah, hier ist das haufenweise rote Energy-Trink gekauft. Falls du es vergessen hast, das war eine Anspielung auf Ranmar. Ich habe es nicht vergessen. Okay. Du vergisst, ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich wollte es nur ausprobieren. Ich kann dich nicht spoilern. Ich kann dich nicht spoilern, aber ich könnte dir nachweisen, dass ich es nicht vergessen habe. Krass. Du weißt nicht, was es damit auf sich hat, aber. Okay. Was ich damit meine mit, ich kann dich nicht spoilern. Das ist in der Tat wichtig, dass ich nicht weiß, was es damit auf sich hat. Aber vielleicht heißt es auch gar nichts, weil ich sage manchmal merkwürdige Sachen. Das kann auch sein. Ich meine, sage ich einfach mal. Der Laden ist offen oder bei irgendwie gerade ist bei mir alles hier voll. Das ist ungewöhnlich. Also, der Laden ist offen. Ich habe auch Kunden. Die eine steht vorne und macht nichts. Sie arbeitet wieder nicht. Ich habe sie in den Breakers schickt, damit sie nicht in die Wüste geht und stirbt. Sie raucht aber gerade Müsli-Marker Sandsturm. Scheint ihren Haar nicht gut zu bekommen. Nee, irgendwie nicht. Warum haben die keine Haare? Wahrscheinlich haben sie die Leute halt erstmal eingebaut, dass sie überhaupt funktionieren. Und später kommt dann vielleicht was, dass man denen dann vielleicht auch noch eine Frisur zuteilen kann oder sowas, dass sie das dann haben. Die haben wahrscheinlich erstmal gespart, dass das Feature funktioniert. Ja, aber die arbeiten, die knüppeln. Ja. Außer sie haben Pause. Deine Getränke sind da. Das ist gut. Sie sind schon mit Sand vermischt. Ja, muss ja auch. Das ist ja absichtlich. Mh, sandiger Joghurt. Richtig. Das macht das Ganze viel knuspriger. Sie werden es einfach gegenseitig behindern. Nein, das nennt man helfen. Ich musste hier wirklich nochmal dieses Zeug ein bisschen auffüllen. Da war echt zu wenig. Ja, ja, nö. Okay. Gelb hast du jetzt zweimal, oder? Oder war das die... Nee, das war ja der Bereich, den du einfach nur gefüllt hast mit Sachen, die voll sind, oder? Genau. Deswegen, das ist so der Reservebereich. Und wenn wir dann später Wasser kriegen und alles Mögliche, kann ich das halt da reinbauen. Ja. Mach du mal selber hier. Hier draußen, das ist noch ziemlich Volker. Ah, ist beides der Reservebereich, oder? Nee. Ach doch, hier, blauer Energy-Dressatz auch hier, ja. Richtig. Das hier ist Reservebereich und das da hinten ist Reservebereich. Ich habe quasi aktuell zwei Dinger zu viel. Ist jetzt aber halt nicht tragisch. Warum habe ich so viel Energy hier rumstehen? Das weiß ich nicht. Du bestellst den Scheiß. Nee, das ist einfach... Die Leute kaufen das zu wenig. Das ist das Ding. Die anderen Sachen werden schneller weggekauft, als die Energies. Hm. Vielleicht sind die im Preis noch ein kleines bisschen zu hoch. Du darfst es gerne anpassen, wenn du möchtest. Nee, die können ruhig mehr bezahlen. Nee, die brauchen wir nicht, darf ich noch? Ich muss mal gucken. Äh, da hat auch einer gerade gesagt, das ist zu expensive, aber zwar beim Obst, glaube ich. Auf jeden Fall, die fahren immer noch mit Lambos rum. So ist jetzt nicht... Wir müssten dir dringend was machen. Ich glaube, das ist doch ein Ferrari, oder? Oder jetzt, glaube ich, auch ein Lambo? Ich bin nicht ganz sicher. Nee, doch, ich glaube, das ist ein Lambo. Aber kann man denn nicht knacken hier? Weißt du? Hau rein. Verkaufen. Und dann darf man den Laden weiter ausbauen. Apropos. Was kostet das nächste aus? Upgrade Store Level? 4.000. Genau, oder so. 4.000? 4.000? Genau, 4.000. Dann habe ich genau richtig geraten. Echt gut. Wir können auch die Preise so weit erhöhen, dass sie einfach nichts mehr kaufen. Dann ist der Laden immer schön gefüllt. Ja. Kann es aber auch lassen. Dann haben wir auf jeden Fall nicht mehr, dass wir was nachfüllen müssen. Ach, nee, Schiffst du in die Händen. Jetzt komme ich mit meiner eigenen Ordnung schon durcheinander. Ja, das passiert. Das ist, wenn wir einmal umräumen. Und deshalb, deshalb nie irgendwas im Haushalt umräumen. Richtig. Rengelware muss ich eigentlich auch irgendwann mal wieder länger machen hier. Yes, er will das. Ich könnte ja hier von was wegschnappen und dann da hinten dran bauen. Aber, hat die Frage. Ich weiß auch nicht, ob wir noch neue Obstsorten kriegen oder ob es das mit Obst war. Das kannst du doch nachschauen. Ja, ich habe das Gefühl, manche Sachen werden erst angezeigt, wenn du das Storten hast. Nee. Alles, was es gibt, wird schon angezeigt. Also bei den Regalen zumindest, die man kaufen kann, war das so, dass das erst mit dem Store-Level angezeigt wurde, meine ich. Nee, ich glaube, das war alles schon angezeigt. Guck einfach mal nach, ob es bei Gemüse noch irgendwas steht, das in Store-Level fehlt. Dann haben wir bei Gemüse alles. Oh, okay. Übrigens kommt noch eine Menge dazu. Ja, Limonaden und sowas dann irgendwann nicht wahr? Ja, Wasser auf jeden Fall. Da gibt es Wasser klein. Das wäre für mich eigentlich die Sachen, die als erstes da sein müssten, oder? Eigentlich ja. Vor allem gibt es zwei verschiedene Wasserflaschen. Die gibt es jeweils in klein und groß. Ja, okay, das ist ja bei allem hier so. Dann gibt es noch verschiedene Soda-Flaschen in groß und in klein. Und Orangensaft gibt es dann noch. Orangensaft zählt aber mit zu meinem Bereich. Obwohl, das würde ich sagen, dass... Ich glaube, der Orangensaft gehörte auch in eins von diesen Regalen, oder? Glaube ich. Nee, der Saft ist genau bei den Drinks mit drin. Das wird auch so wahrscheinlich... Wird auch gekühlt. Ja. Ich glaube, der wird auch gekühlt. Wenn er gekühlt wird, gehört er auf jeden Fall zu dir. Ansonsten muss ich gucken. Obwohl, ich würde so... Ich würde so oder so sagen, das gehört zu dir. Eben, das ist ja die Untersortierung hier einfach. Weißt du? Gehört ja unter Drinks. Mhm. So, und da werde ich wahrscheinlich noch... Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Ich brauche noch auf jeden Fall bestimmt an die zwölf Regale oder so. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir gucken erstmal, dass wir das... ...Store-Level erhöhen und dann kaufen wir das Zeug nach. Genau. Weil das müssen wir sowieso erstmal machen müssen. Store-Level brauchen wir noch 500 für. Und dann... ...können wir bald auch wieder, glaube ich, eine neue Ebene machen. Wir sind dann auf elf. Genau, bei elf können wir auch Shopgröße sechs machen. Shopgröße sechs kostet sogar weniger als die Store-Ebene. Die kostet nur 3660. Aber es ist trotzdem noch eine Menge. Peanuts. Ja, haben wir auch im Angebot. Ich mein, das läuft ja jetzt alles so nebenbei gerade, oder? Ja, so ziemlich. Weil, was machen wir jetzt noch außer Sachen bestellen? Und ausräumen. Was war das hier? Eigentlich ja nix. Ja. Labern. Das ist richtig. Und das macht mir auch sehr gut, glaube ich. Das ist richtig, was ich vorgelegt habe. Wir können die Kunden uns ja auch beantworten. Richtig, die Zuschauer. Im Grunde machen wir wirklich... ...du machst irgendeine stupide Arbeit und laberst dabei. Was habe ich jetzt können? Aber auf jeden Fall, äh, hier unsere Zuschauer werden, äh, definitiv sagen, wir machen das super. Wir müssen nur Apfelzimt erwähnen. Dann sind die schon glücklich. Ja, stimmt. Ich mein, ich kann ja noch mal eben kurz hier rüber gehen. Na, Leute, hier seht ihr es. Es wird tatsächlich ordentlich gekauft. Muss ich nachkaufen? Ich weiß nicht, dass es mit der Zeit ein bisschen leer wird. Ein bisschen was nachkaufen können wir eigentlich ruhig machen. Weil, die kaufen das schon ganz gut. Bestell mal acht von allen beiden. Abwärtsimt. Einmal und... Machen wir den anderen Scheiß. Den geilen Scheiß. Äh... Was hat denn hier? Hellbeig. Das ist das Neue, ne? Das kriegen wir bald. Ich weiß auch immer, was das ist. Das klingt wie eine Hose. Ja, so ein bisschen, ne? Ich kenne grad den Pandan nicht. Ich kenne gekackte Tomaten aber sonst. Hier ist dein, hier ist deine Gemüselieferung. Ach, dachte ich mir schon. Auch flüssig Gemüse. Hm, flüssig Gemüse. Ach, wollten wir jetzt eigentlich nicht mal dieses große Dinge ausprobieren? Äh, könnten wir. Ich habe es auf jeden Fall mal kurz aufgestellt gehabt und mal geguckt. Das ist wirklich so ein Regal, was an allen Seiten Regal hat. Also wirklich an jeder Ecke. Just what I was after. Genau. Das steht schon perfekt. Ich wollte grad sagen, jetzt lass uns doch so stehen. Das sieht doch gut aus. Oh fuck. Äh, ich meine der Kunde hat grad auch schon gesagt, das ist brav. Ich weiß nicht so recht. Muss ich mir überlegen, aber... Ich bin eigentlich... Wahrscheinlich geht da viel rein. Also äh... Ja, ich bin aber mit dem anderen, der jetzt eigentlich ganz zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Das ist höchstens, was du machen kannst, wenn du von irgendwas so richtig viel brauchst, glaube ich. Apfel-Zimt? Apfel-Zimt, aber... Ich bin ehrlich gesagt mit dem Apfel-Zimt-Ding hier hinten ganz zufrieden. Ja, das Ding muss in die Mitte vom Raum. Liegt denn dein Keks? Was ist denn das für eine Scheiße? So ein Keks? Hier hast du mal einen Keks reingepackt. Ja, da mag jemand Kekse. Klasse. Beim Apfel-Zimt-Bereich. Ja, das geht aber nicht. Ich glaube, du kannst aus... Ähm... Ich glaube, das ist so ein Clipping-Fehler. Ich habe nämlich schon mal, als ich umgeräumt habe, aus dem Nachbar-Bereich, was war quasi weggenommen, aus Versehen. Ja, das kann passieren, dass du da durchgreifst. Ich hatte bei den Obstregalen schon, dass ich da durchgegriffen habe, weil die ja so diese freien Stellen in dazwischen haben. Das ist nur was ich brauche. Ich muss aufhören, rote Energy-Drinks zu kaufen. Das sieht gut aus. Aber ich trinke sie so gern. Nee, ich sehe einfach nur gerne, wie das hier sich hier stapelt. Okay, ich mache mal eine Liste. Was brauchen wir? Ah, rote Energy-Drinks, ja. Und grüne, ne? Weil ich da auch so wenig Stapel von habe. Auf jeden Fall, äh... Porter ist, wenn du so Pisten mit so Sachen im Laden rumstehen hast, kannst du dann eigentlich nicht pleite gehen? Komplett. Weil du hast immer noch was, was du verkaufen kannst. Kannst du überhaupt pleite gehen? Müssten wir mal ausprobieren. Aber du musstest schon wirklich drauf anlegen, glaube ich. Weil es verfällt nichts, du hast keine Geldstrafen und gar nichts. Richtig. Deswegen ist die Frage, ob man pleite gehen kann. Du kannst... Du kanntest... Nee, nee, selbst wenn du irgendwas bestellt hast, dumm. Das musst du wirklich... Nein, du kannst... Du kannst pleite gehen. Du machst folgendes. Du kaufst sinnlosen Scheißverkaufs, bis du irgendwann nichts mehr kaufen kannst. Richtig. Und dann kaufst du irgendwann nur noch ein Regal und hast ein einzelnes Regal da stehen. Und, äh, weißt du, du kannst ja auch Regale kaufen, verkaufen, Regale kaufen, verkaufen. Mhm. Dann gibst du mehr Geld aus, als du wieder zurückbekommst, weil du kriegst ja definitiv nicht den vollen Verkaufspreis. Äh, du kannst pleite gehen, wenn du es drauf anlegst. Ja, aber... Normaler Spiele wird das nicht erreichen. Richtig. Die Frage ist, wie agiert das Spiel, wenn das Spiel dann merken würde, dass du pleite bist? Ob die Entwickler das berücksichtigt haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann bist du einfach gesoftblockt. Ja, aber... Aber wäre auch leicht, ähm, zu verhindern. Weißt du, wenn du das gemacht hast, kommt so ein Lone Shark rein und der gibt dir dann so einen Kredit. Ich finde, Kredite wären auch nicht schlecht mit dem Spiel. Damit du schneller an was kommst, meinst du, ne? Ja, hast dann halt dafür aber dein Malus halt, dass du immer wieder jeden Tag so und so viel Zinsen verlierst. Ja, und wenn du das nicht machst, dass du, wenn du es nicht bezahlen kannst, dann kommen dann, äh, Leute rein, die holen dich dann ab und bestrafen dich und so. Okay, dann lass ich mich halt bestrafen. Hauptsache, ich muss das Geld, Hauptsache, ich muss das Geld nicht zurückzahlen. Ganz genau, das ist es, ne? Alles klar, der Geschäftswann. Wir schneiden den Finger ab, ne? Muss ich dann das Geld trotzdem bezahlen? Ähm, nein? Gut, ab mit dem Finger. Ganz im Arm, den brauch ich sowieso nicht. Was könnt ihr mir noch alles abschneiden? Das wär schon übel. Wenn's halt nicht wirklich ein echter Finger ist, dann siehst du das wahrscheinlich ganz locker. Das ist richtig, da muss man dann wieder an Deponia 2 denken, an die Turnierfinger. Lass uns schnick-schnack-schnuck spielen. Hast du deine Turnierfinger dabei? Sagt dir nix, oder? Tatsächlich, das weiß ich nicht mehr, ne. War richtig lustig, da hast du dann halt so ne Kartoffelhand oder sowas ähnliches, wo dann halt Finger dran steckbar waren und es wurde halt nur da mitgespielt. Dann hat man so ne Axt oder sowas und dann wurden die Finger abgehackt. Das war, um beim unorganisierten Verbrechen, glaub ich, auch reinzukommen, beziehungsweise nicht beim unorganisierten Verbrechen, sondern bei dem Widerstand, genau. Ah, ne, alles weiß ich auch nicht mehr. Ich hab da, ich hab das Spiel auch nie, ich hab das Spiel auch nie gespielt, selber. Ich hab damals nur Let's Place von gesehen. Ja, okay, wenn man's selber gespielt hat, behält man's, glaub ich, besser. Äh, wir hatten auch ein mega krasses Rätsel, obwohl ich auch lange nicht weiterkam. Ähm, weil ich einfach nicht drauf gekommen bin, dass ich den Sound im Spiel runterstelle. Ich wollt grad sagen, das war bestimmt das mit dem Sound, weil Rufus ja dann dieses da-da-da-da-da-da-da-da macht. Richtig. Es ist eigentlich gut signalisiert, aber es, da drauf zu kommen, oh, das ist schon, das ist schon echt ne Nummer. Dann, äh, alle Achtung, dass sie an so ein Rätsel gedacht haben, fand ich richtig gut. Das ist, jetzt gerade, direkt in dem Moment, als du gesagt hast, ja, das ist bestimmt dieses Rätsel gewesen. Jetzt bin ich sofort drauf gekommen, dass es das sein musste. Weil das einfach das krasseste Rätsel im Spiel ist. Weil für nichts anderes musst du in die Option gehen und eine Einstellung ändern. Das ist, äh, weißt du? Ich mag aber solche Rätsel, so ein bisschen out of, so ein bisschen. Ja, ja, klar. Out of the box, denk. Ja. Klar, es kann echt scheiße sein, wenn du nicht weiterkommst, aber. Aber dafür gibt's das Internet. Ja, mittlerweile, früher. Ja, früher nicht so, das ist richtig. Bei welchem, bei irgendeinem Monkey Island Teil gab's, äh, wir sollten vielleicht mal unseren Typen aus der Brake holen. Ja, sollten wir. Der Typ, der eine Frau ist. Ähm. Der Frau. Ja, jetzt haben wir schon drei von den Kassen, die nicht mehr gehen. Ja, wieso? Jetzt waren jetzt gerade drei Kassen, die nicht gehen. Aber auf jeden Fall, Monkey Island hat, wie gesagt, auch ein paar, äh, Rätsel, die waren schon was trickier. Ja, und, ähm, kennst du die Sache mit dem Baumstumpf? Ich glaub, im... Ja. Zweiten war's, glaub ich. Ja. Das, das hab ich letztens für mich privat ein bisschen gespielt, um mal zu gucken, ob ich da durchkomme. Bitte lege die CD blablabla ein. Was ist mit der CD? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht. Nee, die Diskette. Und zwar gibt's da, wenn du an einer bestimmten Stelle bist, da gibt's einen Baumstumpf in einem Wald. Wenn du da dran klickst, dann steht da, bitte lege die Diskette blablabla ein, weil früher war das halt alles noch mit Disketten. Ja. Da musstest du, die Spieler waren halt nicht auf einem, auf einer CD, sondern es gab halt mehrere Disketten, die du regelmäßig wechseln musstest. Ja. Und diese Diskette gab es nicht. Das haben die nur so eingebaut, um die Leute zu trollen und die haben dann halt Haupt... Mhm. Nee, dann weiß ich nicht, welche Stelle du meinst, weil, was ich weiß, ist, es gab im zweiten Teil einen Baumstumpf, wo du hoch musstest, äh, weil du noch, äh, Karten, einem Kartenstück hinterher musstest und das wurde von so einer Art Vogel geklaut und da musstest du dann halt mit drei Paddeln irgendwie gucken, dass du dann da den Bauch hoch, äh, den Baum hochkommst. Ja, und da kommt auch der, der Schädeltanz. Genau. Und, ähm, das hatte ich halt letztens, äh, nochmal gespielt, um halt, äh, zu gucken, ob ich durch das Spiel so ein bisschen durchkomme. Den ersten Teil hatte ich ja Blind Let's Play, ähm, beim zweiten Teil habe ich jetzt nochmal wieder ein bisschen reingeguckt. Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass, äh, eine Person sich definitiv drüber freuen wird, wenn ich das Let's Playa, ähm, die hat Monkey Island 1 auch sehr gut gefunden. Deswegen muss ich mal gucken. Ähm, ähm, müsst ihr mal die Kommentare schreiben, wenn ihr da was sehen wollt? Kann man auf jeden Fall machen. Ich hab, äh, glaub ich, sämtliche Monkey Island Teile. Und eigentlich muss ich das machen, damit ich zum dritten Teil komme, weil der dritte ist der Beste. Meiner Meinung nach. Müsst du aber auch bei ihm schreiben, nicht bei mir. Möchte ich mal anmerken. Richtig. Aber du kannst auch bei Wichtel schreiben, der macht das bestimmt auch. Nee, Point in Click, ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Nee. Du hast es sicher, wenn du angefangen hast, ne? Du hörst nicht mehr auf, Junge. Das hat man mir auch über das Masturbieren gesagt, und es hat gestimmt. Siehst du mal. So. Sind alle raus? Äh, ich glaube, es sind alle raus. Nee, warte, was? Nee, hinten der Kassiermensch, der ist irgendwie langsam. Hier, guck mal, die Kasse, da tut sich nichts. Die sitzt hier und hängt am Wechselgeld. Was ist das Problem? Ähm. Ist tot. Geistig. Es tut sich nichts. Ja, mach du mal. Nützlose Schlampe. Was? Wer hat das gesagt? Oh, die Avocados sind ja fast leer. Oh mein Gott. Die Avocados sind noch nicht wahr. Ich habe gerade aufgefüllt. Und dein Salat ist auch ziemlich leer, aber ich bestelle jetzt nichts. Problem von Zukunfts-Soul. Früchtig. Der hat da kein Problem mit. So, jetzt wollen wir hier die restlichen Kunden abziehen. Wechselgeld kriegst du nicht, kann es vergessen. So, das ist dein Wechselgeld, das behalte ich, das kommt in meine Tasche. So. Müsstest du echt mal machen. Könnt ihr jetzt endlich mal hin und machen? Ist dir schon mal aufgefallen, dass das immer erst bei der Kartenzahlung dann streikt? Oh, guck mal, wir haben genug Geld für das nächste Ebene beim nächsten Mal. Das ist richtig. Dann können wir beim nächsten Mal direkt richtig eröffnen. Im Sinne von groß rauskommen, weißt du? Mhm. Aber ja, dann hoffe ich mal, beziehungsweise wir hoffen, dass ihr wieder viel Spaß beim Zuschauen hattet. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn das wieder heißt. Wir haben ein neues Produkt für euch. Tschau Leute.